Hallo liebe Freunde meines Kanals. Heute habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, nämlich eine weitere Applikation, um eure Fotos und Videos zu verwalten. Und das Ding heißt Photo Prism. Vor einigen Wochen hatte ich ja ein Video für euch gezeigt, hier zum Thema Synology Fotos. Und wir haben ja festgestellt, das hat so ein paar Ecken und Kanten, wo man dann sich fragen muss, ist das die richtige Applikation für mich? Und heute zeige ich euch mit Photo Prism eine Alternative, die weit über das hinausgeht, was Synology Fotos eigentlich für uns tun kann. Das Coole an Photo Prism ist, es ist komplett Open Source und es ist ein selbstfinanziertes Entwicklerteam aus Deutschland. Und die geben sich wirklich alle Mühe, hier eine super Applikation auf die Beine zu stellen. Ich zeige euch in diesem Video, wie man das Ding in Synology Container Manager installiert. Wir machen das Ganze natürlich wie üblich mit MacVelance. Und zum Schluss schauen wir uns auch an, was man tun muss und kann natürlich auch, um seine Fotos da hinein zu bekommen und was man damit dann auch alles anstellen kann. Bevor ich hier voll starte, noch mal ein kurzer üblicher Spruch. Bei mir auf dem Kanal gibt es Mitgliedschaften bei Patreon und wenn ihr euch dafür entscheidet, bekommt ihr alle auf jeden Fall meine Videos ab Juni 2023 komplett werbefrei und ich beantworte eure Fragen und Kommentare auf Patreon bevorzugt. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Mitgliedschaftslevel, nämlich Plus und Plus Plus. Da gibt es dann 10% respektive 25% Rabatt auf Onlineberatung durch mich und unten in der Videobeschreibung ist der entsprechende Buchungslink. Klar, es gibt auch weiterhin das kostenlose YouTube-Kanal-Abo und wer das noch nicht hat, ist hiermit herzlich eingeladen, jetzt unten auf Abonnieren zu klicken und bitte dann auch gleich die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr auch keines von meinen zukünftigen Videos. Und wenn euch dieses Video unterwegs gefällt, wäre es super, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet oder vielleicht sogar noch einen Kommentar dazu. Das wäre für den Kanal und für mich große Klasse. Okay, jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie man PhotoPrison im Container Manager installiert. Viel Spaß dabei! Jo, klar, wie üblich ist es natürlich notwendig, ein paar Vorbereitungen zu treffen und das machen wir direkt auf der Synology. Hier sind wir schon im DSM und ihr geht auf die Fallstation. Da legen wir jetzt nämlich die Ordner an, die PhotoPrison braucht, um die entsprechenden Bilder und Videos verwalten zu können. Gut, dafür geht ihr auf den Shared-Folder Docker. Der ist entstanden, als ihr den Container Manager bei euch auf der Synology installiert habt. Geht auf Erstellen, Ordner erstellen. Nennt das Ding am besten PhotoPrison. Nicht Prison, sondern Prison, wie Prisma, nicht Knast. Und jetzt brauchen wir einen Ordner für die Datenbank. Denn das Ding läuft unglücklicherweise nicht mit Postgres, sondern in dem Fall MariaDB oder MySQL. Naja, ist wie es ist, aber ist jetzt kein Hindernis für uns. Also wir brauchen einen Ordner für die Datenbank, den nennen wir db-data. Gut. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Ordner für die Originale. Der heißt Originals. So. Dann brauchen wir noch einen weiteren für Import. Und noch einen dritten. Da legt PhotoPrison seine ganzen Verwaltungsdaten ab. Der heißt dann Storage. So. Die vier brauchen wir jetzt. Gut. Ich habe euch, wie üblich, ein entsprechendes Docker-Compose-File und ein .env-File zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr unten in der Videobeschreibung anklicken und dann runterladen. Das ist ein SIP-File, einfach lokal entpacken. Und dann das PhotoPrison.yml-File in einem Editor eurer Wahl öffnen, so wie ich das hier gerade gemacht habe. Und jetzt könnt ihr Command-A oder Control-A drücken auf der Tastatur, um alles zu markieren. Dann Command-C oder Control-C, je nach Plattform, um das Ganze in die Zwischenablage zu befördern. Und jetzt geht ihr auf Portainer. So, dann klickt ihr auf Stacks, denn wir legen einen neuen Stack an. Add Stack. Und den nennen wir PhotoPrison. So, jetzt kommt die Rechtschreibhilfe wieder. Das klicke ich mal weg. Und ihr lasst einfach den Web-Editor angekreuzt und setzt den Cursor hier in diesen Editor-Bereich und drückt jetzt Command-V oder Control-V, je nachdem. Jetzt am besten ganz nach oben in diesem Editor gehen, damit ihr auch was seht. Und wir haben jetzt wieder zwei Services. Ich habe es ja gesagt, das Ding läuft unter MariaDB. Und das verwenden wir hier. Alternativ könnte man auch MySQL verwenden. Wir verwenden eben diese hier. Und im Prinzip könnt ihr alles so lassen, wie es hier ist, bis auf den Eintrag unter Volumes. Und ich erkläre es nochmal für alle. Beim Volume-Mapping haben wir auf der linken Seite vom Doppelpunkt das, was auf dem Container Host liegt, praktisch. Und auf der rechten Seite das, was im Container liegt, wo es im Container liegt. Das heißt, wir machen ein Mapping, sodass das, was wir hier auf unserem Container Host haben, auf der linken Seite, sichtbar wird im Container selber. Und hier, das hatten wir ja vorhin angelegt, ihr erinnert euch, falls das bei euch anders sein sollte, dann könnt ihr den Pfad wie folgt ermitteln. Ihr geht wieder zurück auf eure File Station, ihr geht auf euren Ordner Photo Prism und jetzt markiert ihr die Zeile db-data, rechter Mausklick, Eigenschaften und dann habt ihr hier unter Ort den entsprechenden Pfad. Den könnt ihr in die Zwischenablage kopieren und dann vorsichtig das hier markieren bis zum Doppelpunkt auf der linken Seite und damit Command oder Control-V aus der Zwischenablage wieder reinholen. Dann habt ihr das richtig gemacht. Als nächstes müsst ihr die IPv4-Adresse entsprechend auswählen. Und zwar, ihr müsst jetzt das Thema MacVLAN beachten. Das ermöglicht es uns, unsere Container direkt über IP-Adressen anzusprechen, wie einen Computer oder eine virtuelle Maschine in eurem Netzwerk. Darüber hinaus hilft es uns, dass wir hier keine Ports oder sonst irgendwie extra verwalten müssen und uns Gedanken machen müssen, haben wir diesen Port schon vergeben und welchen kann ich denn jetzt nehmen, was ist denn noch frei und so weiter und so weiter. MacVLAN hat noch einige andere Vorteile, die es ausfährt, vor allen Dingen, wenn es um Reverse-Proxys geht und andere Adressierungen im Netzwerk. Da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein, denn ich habe für euch hier ein Video über MacVLAN gemacht und das ist praktisch der ultimative Leitfaden, was man damit zu tun hat, um MacVLANs zu konfigurieren und zu benutzen. Bitte schaut euch dieses Video genau an, wenn ihr MacVLAN noch nicht kennt. Diejenigen, die meine Videos schon länger verfolgen, die wissen schon, um was es hier geht. Diejenigen, die neu zum Thema MacVLAN kommen, die sollten sich das Video unbedingt anschauen, denn da wird praktisch alles ein für alle Mal erklärt und ihr seid anschließend einfach echte Profis in dem Thema. Wie gesagt, also hier müsst ihr praktisch aus eurem MacVLAN eine freie Adresse für die Datenbank vergeben. Jetzt gehen wir zum Photo-Prison-Service. Da könnt ihr im Prinzip auch alles so lassen, wie es hier drin steht. Und das Einzige, wo ihr wieder zulagen müsst, ist eben das Thema Volume-Mapping. Auch hier müsst ihr das Gleiche machen, wie wir es oben gemacht haben mit dem DB-Data-Verzeichnis. Auf der linken Seite vom Doppelpunkt müsst ihr jetzt das herausfinden, wie es bei euch auf eurer Synology angelegt ist. Zum Beispiel jetzt gerade hier, das ist ja der Originals-Teil. Rechter Mausklick drauf, Eigenschaften und einfach den Pfad hier neben Ort rauskopieren. Und dann hier entsprechend aus der Zwischenablage wieder reinkopieren. Einfach so. Das Gleiche wiederholt ihr für Import und Storage. Last but not least, wie üblich, eine freie IP-Adresse aus eurem MacVLAN-Bereich hier eintragen. Wenn ihr nicht wisst, was noch bei euch frei ist, könnt ihr einen rechten Mausklick auf Containers machen. Und dann klickt ihr auf Open Link in New Tab. Und dann seht ihr hier die Liste von euren ganzen Containern, die bei euch laufen. Und hier bei IP-Adresse könnt ihr das dann auf- oder absteigend sortieren. Und wenn ihr das so macht wie ich, seht ihr praktisch, dass hier ab 50 noch alles frei ist, ab 50 aufwärts. Und da könnt ihr dann entsprechend euer Photoprosm dann reinlegen. Dann geht ihr wieder zurück auf den ursprünglichen Reiter. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, nämlich Load Variables vom .env-File. Klickt auf diesen Button und dann ladet ihr das .env-File, das ihr aus diesem ZIP-Archiv rausbekommen habt, das ihr gerade von mir runtergeladen habt. Dann klickt ihr hier drauf, photoprosm.env und klickt auf Upload. Jetzt kommt hier eine ganze Latte von Variablen. Nur keine Angst, alles nicht so schlimm. Im Prinzip das Einzige, wo ihr zu lang wollt oder solltet, ist im Prinzip hier bei MariaDB Database User und Passwort. Hier solltet ihr ein entsprechend sicheres Passwort angeben. Merkt euch dieses Passwort, denn ihr braucht es gleich auch wieder. Dann die Zeitzone entsprechend setzen, ganz einfach. Und hier auch wieder Photoprosm Admin User und Passwort entsprechend anpassen. Also Insecure ist kein gutes Passwort. Das ist aus gutem Grund so gewählt. Also bitte hier unbedingt ein Passwort angeben und merken. Ganz wichtig. So, dann wenn ihr später zum Beispiel Photoprosm im Internet oder in einem größeren Netzwerk und mit einem Hostnamen verfügbar machen wollt, könnt ihr das hier entsprechend dann auch eingeben. Ist jetzt erstmal nicht notwendig, um das zu testen, aber später, wenn ihr das Ding produktiv nehmt, dann ist es gut, das nicht über die IP-Adresse anzusprechen, sondern über einen vernünftigen Hostnamen. Und das gebt ihr dann hier an. So, dann könnt ihr weiter nach unten scrollen. Dann kommen wir zum Thema, wie spricht Photoprosm die Datenbank an? Und das passiert hier erstmal mit dem Datenbank-Driver-Namen, den lasst ihr bitte so, wie er ist. Dann den Datenbank-Server, auch das so lassen, wie es ist, denn das spricht den Service direkt an auf eurem System. Gut, dann Datenbank-Name, Photoprosm, hatten wir ja oben schon. Dann entsprechend ein User und Passwort von hier oben. MariaDB-User, MariaDB-Password, bitte entsprechend hier eintragen. Dann die letzten drei Parameter sind im Prinzip Schönheit. Hier könnt ihr entsprechend einen Titel für eure Foto-Applikationen vergeben. Das hier ist das, was von den Entwicklern kommt. Wenn euch das AI-Powered-Fotos-App nicht gefällt, könnt ihr eigentlich einfach alles eintragen, was euch gefällt. Dann Seitenbeschreibung, ihr hattet so eine Bottomline. Und wer der Autor ist von den Fotos, das könnt ihr dann auch entsprechend hier eintragen. Ich lasse es mal leer, weil es im Prinzip keine große Auswirkung hat. Wenn ihr alles so umgesetzt habt, wie ich es euch hier beschrieben habe, könnt ihr jetzt direkt auf Deploy the Stack klicken. Und jetzt dauert es richtig lange. Ihr ladet bei mir jetzt natürlich nicht, weil ich das natürlich für euch schon getestet habe. Aber wenn ihr das initial macht, dauert das richtig lang, denn ihr ladet insgesamt etwa 2,5 GB an Daten aus dem Internet runter. Also man kann sich vorstellen, das kann durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Gut, wenn das soweit alles ohne Fehlermeldung abgelaufen ist, habt ihr hier euren Photoprism Stack. Da könnt ihr dann draufklicken und dann seht ihr zwei Container, nämlich einmal den für die Datenbank und dann für Photoprism selber. Jetzt könnt ihr natürlich, wir sind ja neugierig, auf das Log draufklicken und dann seht ihr im Prinzip diese ganzen Migrationsinformationen. Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass bestimmte Tabellen und Initialwerte angelegt worden sind und dass im Prinzip alles soweit in Ordnung ist. Und wenn die Krönung hier kommt, listening on 0 0 0 0 0 2 3 4 2, dann habt ihr im Prinzip das geschafft und das Ding läuft problemlos. Ja, diese Nachricht ist natürlich super für uns, denn wir können jetzt hergehen und uns an dem Photoprism Server anmelden oder an dem entsprechenden Container. Das ist 102.168.1.51 in meinem Fall und dann Doppelpunkt 2342, das war der Port. Einfach den entsprechenden, einfach Return drücken und jetzt könnt ihr euch mit eurem Admin-Passwort und dem Admin-User und Admin-Passwort so rum, das ihr vorhin vergeben habt, hier auf Portainer, dann hier auch anmelden. Das war in meinem Fall Admin und Insecure. Also wenn ihr das noch habt, dann solltet ihr das vielleicht schon auch nichts ändern und dann auf Anmelden gehen. Ich möchte mir das nicht merken und jetzt bekommt ihr diesen etwas schlichten Bildschirm. Was hier in lila auf schwarz dargestellt ist, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen als allererstes klickt ihr einfach auf Settings, auf dieses Zahnrad und dann habt ihr hier verschiedene Einstellungen. Unter anderem ein Theme, wir bleiben hier mal beim Dunkeln und auch die Sprache. Die steht halt natürlich auf Englisch und da wählt ihr einfach Deutsch aus. Und hier die Übersetzung ist sehr gut, denn die Entwickler sind halt aus Deutschland. Und deswegen kann man das ohne weiteres so übernehmen. So, jetzt könnt ihr zurückgehen und jetzt kann man versuchen, das lila auf schwarz zu lesen. Und das heißt nichts anderes als, ich habe keine Bilder, ich kann dir nichts zeigen, tu was. Und jetzt fängt der Spaß richtig an. Ich mache mal hier alles zu, was nicht nötig ist, denn das Einzige, was wir im Prinzip brauchen, und das zeige ich euch hier schnell, ist auf der Synology der Import-Ordner. Ihr könnt es so machen, wie ich es hier euch zeige. Ich zeige euch auch gleich einen Trick, wie man auf die entsprechende, wie man Fotos noch hochladen kann. So, dann macht ihr am besten einfach ein Folder-Fenster auf oder Explorer, je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr verwendet. Geht auf einen Ordner lokal auf eurem Computer, wo ihr eure Bilder abgelegt habt. Ich habe hier gleich noch ein Bild und ein paar Videos, damit man auch sieht, was da passiert. Und das ziehe ich einfach auf meine Synology. Hier habe ich also mir ein paar Bilder und Videos auf meine Synology hochgeladen, in den Import-Folder, in den Import-Ordner von Photoprism. Jetzt kann ich hier auf diese Filmrolle klicken, auf dieses Icon. Das ist belabelt mit Dateien. Und dann klicke ich auf Import. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, noch eine Option mit dem Dateien verschieben anzukreuzen. Dann spart sich praktisch Photoprism Speicherplatz und löscht das weg, was im Import-Ordner drin war. Und arbeite dann mit den Originalen weiter. So, dann kann ich einfach hier den Import-Button klicken. Und jetzt fängt die Sache an zu ticken. Und ihr seht hier oben, was hier importiert wird. Und man kann sich das auch in den Logs anschauen. Und was da im Einzelnen passiert, wer da neugierig ist und sich an solchen Sachen freuen kann, der ist da natürlich auch gut beraten, da mal drauf zu klicken. Jo, da passiert also gerade eine ganze Menge. Und hier hat man dann eben den Anzeiger, wo wir da gerade eben stehen. Und das arbeitet sich da jetzt praktisch durch diesen Vorrat durch. Und man kann auch gleichzeitig auf der Synology schauen, was denn hier eigentlich schon verarbeitet worden ist. Denn das, was Photoprism schon sich reingeholt hat, das verschwindet hier raus. Ihr seht, da ist schon einiges passiert. Die ganzen Videodateien sind schon verarbeitet worden. Jetzt macht es sich an diese .ORF-Dateien. Und hier unterscheidet sich Photoprism schon ganz gewaltig von Synology Photos. Denn es kann ohne weiteres mit RAW-Fotodateien umgehen. Was RAW-Fotodateien sind, das müsst ihr bitte selber nachforschen, wenn ihr das nicht wisst. Da gibt es genügend Ressourcen, zum Beispiel hier auf Wikipedia und sonst wo. Also das Ding kann mit RAW-Dateien umgehen. Und es liest sogar Sidecar-Dateien, also was .xmp ist, liest es eben auch noch. Und wenn ihr gleich noch das andere Feature seht, was ich euch noch näher bringen will, dann wisst ihr genau, warum ich davon in diesem Ding so begeistert bin. Okay. Hier jetzt nochmal kurz draufklicken. Müsste leer sein. Genau. Und hier ist auch alles durch. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen Inhalt hier dran haben in unserem Photoprism. Und hier ist es. Wir können hier auf verschiedene Ansichten klicken. Eben auf solche Raster oder groß oder klein oder sonst irgendwas. Und hier habt ihr praktisch die Ergebnisse. Super Sache. Was auch noch sehr, sehr schön ist, diese App versucht jetzt irgendwie der Sache natürlich auch Titel zu geben. Das auch zu kategorisieren und so weiter. Und es hat schon sehr gut erkannt, also hier, wir sind irgendwie auf dem Land und Landscape. Ja, das ist doch schon mal ganz klasse. Und dann haben wir hier Outdoor. Ja, das ist natürlich genau. Wir haben eine Wiese, wir haben Bäume, wir haben Viecher, wir haben einen Gatter. Ja, Mensch. Große Klasse. Und auch hier, ja. Es hat festgestellt, wir sind, das hier kommt jetzt praktisch aus dem iPhone. Das ist mit dem iPhone aufgenommen worden. Und da sind natürlich auch GPS-Daten dabei. Und hier hat es zum Beispiel rausgekriegt, dass wir auf einer Form in der Normandie waren. Ja, und genauso auch noch wo. Und das ist jetzt auch irgendwie schick. Man kann jetzt sich anzeigen lassen, wo die ganzen Fotos da aufgenommen worden sind. Bis auf die RAW-Fotos. Die Kamera, die ich verwendet habe, die hat eben keinen GPS-Empfänger. Und deswegen haben wir halt auch keine entsprechenden Daten. Aber das iPhone hat sowas. Und wenn man hier auf Orte klickt, dann sieht man gleich, aha, die Leute waren hier irgendwo in der Normandie unterwegs. Und dann hier unten dann am Predator-Dom, beziehungsweise massiv-central. Hm, klasse Sache. Und dann kann man hier dann zum Beispiel draufklicken. Und dann sieht man, aha, ja, da waren die, da. Also, das ist kein Geheimnis. Und dann kann man hier dann auch draufklicken und sich das anschauen, was da gelaufen ist. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Video. Ja, da war es ziemlich wolkig. Und jetzt sind entsprechend dann geregelt später. Schön. Okay. So viel dazu. Dann hat man natürlich noch eine Kalenderansicht. Ja, das Ganze war im Mai 2023. Und da haben wir das dann entsprechend auch. Und hier wird dann auch angezeigt, dass es sich entsprechend um ein Foto im RAW-Format handelt. Ja, gut. Alles gut gemacht. So, da kann man dann auch hier auf den Stift draufklicken. Könnte dann hier entsprechend dann auch das weiter bearbeiten. Da kann man auch einen Titel verpassen. Da entsprechend die Zeitzone. Vielleicht auch das Land. Ja, das war dann nicht Albanien. Gott sei Dank. Ja, das hätte mich jetzt gefreut, wenn ich die Übersetzung und auch entsprechend die Dropdowns auch erwischt hätte. Na ja, kann ja vielleicht noch an der Zukunft kommen. Hier haben wir die Informationen über die Kamera. Dann über das Foto selber. ISO-Angabe, Belichtungszeit. F-Stop und die Brennweite, die ich verwendet habe. Und so weiter. Also, ihr könnt hier entsprechend dann auch noch weiter das ergänzen. Oder korrigieren. Und dann eben speichern. Speichern, dann bleibt ihr dran drin. Fertig, dann macht es das einfach wieder zu. Man kann zum nächsten gehen. Ja, also jetzt haben wir zwei Ansichten uns angeschaut. Das eine war der Kalender. Dann haben wir die entsprechende Orteansicht auf der Karte. Dann kann man sich auf Kategorien dann entsprechend dann klicken. Also, falls man das eben entsprechend möchte. Ja, das eine war Farm und das andere war Landschaft. Ja. Ach, kann man, das kann man, wie gesagt, einstellen, wie man möchte und wie man lustig ist. Jetzt hatte ich ja vorhin erklärt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, entsprechend auf PhotoPresent zuzugreifen. Und das ist auch recht gut erklärt in der Dokumentation. Moment. In der Dokumentation. So, da kann man nämlich hier auf Einstellungen gehen. Und dann auf Dienste. Und das Ganze arbeitet mit einem WebDAV-Dienst. Und das ist im Prinzip nichts anderes als Fallzugriff über HTTP, HTTPS. Und ich kann mich mit meinem Finder oder mit meinem Explorer direkt mit diesem System verbinden. Und da klicke ich auf mit WebDAV verbinden. Und jetzt habt ihr entsprechend die Verbindung Strings, die ihr angeben müsst. Hier das Ganze für das Reinkopieren in euren Windows File Explorer. Ja, einfach rauskopieren. Control-C drüben in den Explorer in diese, in die entsprechende Navigationszeile einfügen. Und schon kommt ihr hier hin. Ich zeige es euch jetzt, wie das auf Mac ist. Das ist im Prinzip analog, nur dass einfach der String ein bisschen anders aussieht. Ich hole mir jetzt ein Finder-Fenster. So. Und dann gehe ich hier auf Go, Connect to Server. Und da paste ich im Prinzip einfach diesen String rein. Und klicke auf Connect. Unsecured Connection. Ja, ja, es ist HTTP und nicht HTTPS. Ganz schlimm. Ich klicke auf Connect. Und hier muss ich dann entsprechend mein Passwort angeben. Ihr wisst, es ist insecure. Und dann Return. Und ich bin hier auf meinem Container und verbunden mit der Software direkt. Und jetzt habe ich im Prinzip diesen Originals-Ordner gemappt. Jetzt kann ich hier lokal auf meinem Computer diese Dateien bearbeiten. Und das wird ja sofort reflektiert, weil das ja gemappt ist, in die Applikation hinein. Das heißt, ich könnte jetzt hier entsprechend das Ding sogar mit Photoshop bearbeiten. Könnte da Veränderungen dran vornehmen. Und da Photoshop natürlich auch gleichzeitig dieses XMP-Dingsbums da anlegt, wird das auch entsprechend dann sichtbar. Ich habe ja hier schon ein bisschen damit gearbeitet. Ihr seht, das XMP wurde auch von Photoshop verwendet. Und ich kann jetzt hier ein bisschen dran arbeiten. Ich kann zum Beispiel den Weißpunkt entsprechend festlegen. So ungefähr. Dann den Schwarzpunkt. So, da sind wir schon eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt vielleicht die Schatten ein bisschen beleuchten. Ja, so ein bisschen aufmachen, damit man auch ein bisschen was sieht. Kontrast sieht schon gar nicht schlecht aus. Und dann, ich sage einfach mal, ich will praktisch aus Camera Raw raus, weil das ja schon im XMP-File drin ist. Ich klicke auf Done und Photoshop verabschiedet sich. Jetzt bin ich zurück in Photoprism und ich will euch noch ganz kurz zeigen, dass eben entsprechend die Dateien da sind. Ich gehe mal hier auf das Foto drauf und dann auf Edit. Und dann gibt es hier, das ist schon markiert, einen Reiter, der heißt Dateien. Und ihr seht, es sind drei Dateien da. Einmal die Vorschaudatei, das JPEG. Dann haben wir das Original, nämlich die ORF-Datei, das Raw-File. Und die XMP-Sidecard-Datei. Also da sieht man schon, dass es im Prinzip alle drei entsprechenden Dateien verwaltet. Ihr wundert euch vielleicht auch gerade über diese ganze Benamsung hier. Das ist so ein Gemisch aus, was die AI nennen, das versucht zu analysieren. Was habe ich denn da auf dem Foto drauf? Farm, zwei Viecher, Landscape, Bäume, Wiese und auch wieder Viecher. Outdoor, ja und so weiter. Ich hatte es vorhin schon. Aber im Prinzip, ja, versucht eben die Software selber herauszufinden, was da eigentlich dargestellt ist. Manchmal haut es auch daneben. Und das will ich euch ganz kurz zeigen. Ich gehe auf meine Synology File Station, damit ich hier gleich mal was reingruppieren kann. Docker, PhotoPrison, Import. Jetzt suche ich mir mal die bestimmte Datei raus, die ich euch zeigen will. Das ist die hier. Ich kopiere sie mal rüber. Da ist sie. Zurück auf die App. Dann den Import anwerfen. Zack. So, das ist passiert. Übrigens, wenn ihr hier auf Upload klickt, könnt ihr im Prinzip dann entsprechend auch dann hier direkt im Dialog das dann machen. Geht auch eine Option. Ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten hier Sachen entsprechend in die Applikation rein zu bekommen. So, jetzt haben wir noch ein weiteres Foto dazu bekommen. Und das Beste ist hier Public Transport. Es ist eine Waschmaschine. Hallo, es ist eine Waschmaschine. Also, naja. Hat also jetzt nicht unbedingt mit diesem AI. Hat nicht irgendwie so das Superhändchen. Ja, das ist halt ein Rad, ja. Vielleicht ein Bus, ja. Könnte ja sein, ja. Und hier ist die Eingangstür, ja. Noch ein kurzes Wort zu dieser Browser-Oberfläche von Photoprism. Die Entwickler nennen das eine progressive Web-App. Das heißt, die findet heraus, auf was für einem Device sie gerade läuft. Auf einem Laptop, auf einem Computer mit einem großen Bildschirm oder eben auf einem Smartphone. Und reagiert dann entsprechend an, ordnet dann eben die Bedienungselemente und auch die Anzeige-Elemente entsprechend an. Ich habe es ausprobiert. Es läuft auf meinem Smartphone ausgezeichnet. Und im Prinzip stehen da auch alle Funktionen zur Verfügung. Ob das jetzt mit dem WebDAV so funktioniert, weiß ich nicht. Das habe ich nicht getestet. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ gut, auch auf mobilen Geräten anzuwenden. Das bringt mich zum Ende dieses Videos. Und jetzt würde mich mal eure Auffassung interessieren. Lasst mir doch einen kurzen Kommentar da, was ihr von Photoprism haltet. Vor allen Dingen im Vergleich zu Synology Photos. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über euer Like riesig freuen. Genauso wie über euren Kommentar. Noch ganz kurz zum Abschluss. Es gibt auf meinem Kanal Mitgliedschaften, und zwar auf Patreon. Mitglieder bekommen meine Videos ab Juni 2023 komplett werbefrei. Und ich beantworte eure Fragen und Kommentare hier auf Patreon alle bevorzugt. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Mitgliedschaftslevel, nämlich Plus und Plus Plus. Da gibt es dann entsprechend 10 bzw. 25% Rabatt auf Online-Beratung durch mich. Unten in der Videobeschreibung ist der entsprechende Buchungslink. Klar, es gibt auch weiterhin das kostenlose YouTube-Kanal Abo. Und wer das noch nicht hat, ist jetzt eingeladen, kurz auf Abonnieren zu klicken. Und am besten auch gleich die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr auch ganz von meinen zukünftigen Videos. Jetzt aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.